Steht auf jeden Fall ein SUV vor uns Weil kommt er Aber denk dran das ist ein Fuel nicht auf den Laster schießen Ja wie das optimiert LOLLOLLOLLOLLOLLOLL Hgil er hat richtig Panik Nische Vorstand Als ob du ne Chance hast mit am Fuel Möben da Immer dran denken… Kein Drive-By Ich tank mich erst Hier war kein LOL Das ist aber nicht unsere Schuld Er ist explodiert Ne Er ist gestorben LOL OK es ist explodiert Schade, das war nicht gut. Ich sag doch, bremmst ihn langsam aus. Ich hab ihn langsam ausgebremt, er ist mit 3 mal reingefahren und in Gramm gefahren. Hier wart ihr auf einmal ineinander und dann ist er hoch geflogen. Ich mach mal Shadowplay-Aufnahme, falls das dir Ärger gibt.